Musik Dann sind wir jetzt zurück mit SnowRunner Und ähm, okay Das geht nicht Musik Machen wir jetzt da weiter Noch ein Stündchen Bisschen erkunden, etc. pp Ähm, okay Ja, okay, alles klar Ähm, Truck Shop Ähm Okay, dann kaufen wir uns mal einen Hammer Das ist unser neues Fahrzeug, der Hammer Das ist eine Mod Äh, Getriebe, Standard, Federung, Winde Wie viel haben wir denn? 6700 Ähm, Kohle Hammer, H2-Reifen Schnellstraße Ähm, okay, warte mal H, U, H, D H, N, D Straße, exzellent Hm Mal ganz kurz Äh, Rahmenzusätze Was können wir denn da holen? Kleiner Gepäckträger Reparaturwerkzeug Komm Kaufen wir auch mal So, Schnorche Könnten wir uns auch eventuell kaufen Ja Nehmen wir mit So, Ersatzrad Wie sieht's damit aus? Winde Verlängert Optimierte Geländewinde Autonome Hochleistungswinde Hochleistungswinde Warum nicht? Federung Ah, cool Wie hoch man die Karre bocken kann Ist ja geil Ey, das sieht ein bisschen doof aus Irgendwie Ich glaube, das lassen wir mal Getriebe Können wir da noch was machen? Freebase Snowwarner Drei Lastgänger Okay Motor Haben wir da noch was cooles? Stage 2 Six Okay Ähm Visuelles Mal gucken, ob wir da was cooles machen können Große Warnleuchte Doppelhupe Okay Stoßfänger hinten Bisschen Individualisierung Ja, das sieht doch cool hier aus Nehmen wir Ähm Dachnebelleuchten Warn und Nebelleuchten Na klar, komm Stoßfänger Thorn Ähm Echt krass Achsenschutz Haubenschutz Die sind auch geil Den finde ich cool So, Felgen Okay, die Felgen P12 Okay, die Hammerfelgen Lassen wir mal Farbe Why not So, erhöht Lassen wir mal weg Rahmenzusätze Kleiner Gepäckträger Okay Sehr schön Dann mal los Okay Ähm Rechter Button Na komm Let's checkung machen Äh, Anhänger Nein, das ist nicht Wir haben eigentlich genug Zeugs dabei Muss ja nur was einstellen Kurz Ähm Steuerung Ähm Gamepad Ähm Rückwärtskupplung Gas RT Handbremse RB Schnellwinde Eingrattantrieb Alles klar Dann müsste es eigentlich Ah So, lass uns mal schauen Wir sind hier Ähm Und werden jetzt mal ein bisschen erkunden Oh, hier ist ein Upgrade Äh Da sind wir Hier ist das Den haben wir glaube ich schon Den da oben haben wir noch nicht So, komm Da werden wir mal hin So, da lang Dem holen wir uns jetzt mal ein bisschen was freischalten hier Sonst kommen wir ja gar nicht voran So Oh, die Karre ist aber echt Zieht irgendwie leicht über Ähm Moment Moment, 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 Moment Aha Automatik Lassen wir mal So Mal schauen, wie wir das am schlauesten machen Äh, okay Da merkt man schon ein bisschen, dass das Ding Power hat Rumpel, rumpel Aber wackeln tut es ohne Ende Wow Ei, 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 ei Aber er kommt durch Durch den Matsch Kommt er durch Na, oder auch nicht Äh, es ist nicht Upp Funktionen Äh, Anhänger Motor Truck Bergen Winde Äh, Winde Winden Punkt wählen Äh, Winden Äh, Winden Komm raus Ja, komm Rückwärts geht es auch nicht Okay, wir haben uns gerade festgefahren Äh Okay, lass mal gucken Wo wir uns jetzt anbringen können Äh, Winde Äh Winde Rückwärts Na, oder auch nicht Ja, komm Du schaffst das Komm, du hast doch genug Power Du hast doch genug Power Du hast genug Power Komm Ja, sehr gut Komm, zieh uns rüber Ja, sehr gut Na, also geht doch alles So Haben wir uns schon mal wieder freigekämpft Die Haare wackelt aber auch Das ist unglaublich Ah, Momento Ähm Wir sind irgendwie total verkehrt, ne Genau den verkehrten Weg gefahren Na Und zurückfahren Hier mal drehen Und da hoch Okay Komm, du schaffst das Na, geht doch Hoppala Ah, wir müssen mal ein bisschen was probieren, ne Verdammt Verdammt, keine sichtbaren Windpunkte Ja, komm, 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 komm Kämpf dich frei Kämpf dich frei Komm Sieht zwar toll aus Aber wir kommen nicht vom Fleck Ähm, Winde ziehen Okay Es hat geklappt Ähm Vielleicht jetzt An der Seite Himmel, hilf Er hat schon so viel Power Und dann Kommt er da nicht hoch Oder was Na, komm Ja, komm, du schaffst das Komm Nur ein bisschen Alter, ist das schwierig Aber hey Einen echten Hammer Ne Den kriegen wir da auch noch hin Boah, Alter So Aufgabenzone Das will ich aber gar nicht machen Ich will eigentlich Äh Zum Punkt dahin Zum Turm Ob das so klug ist Hier, äh Mitten in der Nacht Das zu machen Das ist eine andere Sache Aber wir werden es erleben Oh, zu viel Ach, da ist der Turm schon Na, komm Voll der Bergfahrt hier Ey, ich fahre heute auch wieder Als ob ich eingesoffen hätte Ganz ehrlich Steht doch um Mit Was Stell doch um Mit der Taste T In der Map-Ansicht Ich weiß zwar nicht, was ich umschalten soll Aber egal Da ist er Ach, wühl, wühl, wühl Nachttag Achso So meinst du das Ähm Stimmt Ähm Wenn ich könnte Aber er macht's gerade nicht Er will's gerade nicht Ah, doch Jetzt hat er gemacht Na, Alter Die Karre, ey So Übel Das ist schon ein Hammer Gut, dass er genug Power hat Da durch Alter, ist das Ja, ey Komm Gib alles Na, komm Yes Da ist es Neu, und hier wäre ein Weg gewesen Ich hab aber nicht andere Sachen Momentan Wachtturm geöffnet Sehr gut Upgrade-Standort entdeckt Neue Mission entdeckt Können wir mal Licht ausmachen Straßensperre Okay Lass mal schauen Was wir jetzt hier alles freigeschaltet haben Jawohl Äh, wir sind hier Ähm Da ist noch was zum Freischalten Ich möchte mir schon ganz gern Erstmal die ganzen Sachen freischalten Damit ich dann hier einen Überblick habe Das heißt, wir fahren mal Ähm Gebirgsbrücke Da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber Da durch Vielleicht da über den Kamm Ähm Guck mal Kommen wir hier rüber Hier drüber Über den Da geht Auch Mehr oder weniger Kein Weg drum herum Außenrum Vielleicht da Wäre noch eine Möglichkeit Ähm Okay Einmal da Fahren wir jetzt mal hier lang Fahren wir halt ganz außenrum Können wir ein bisschen was von der Landschaft sehen Einfach nur ein bisschen erkunden Na da ist auf jeden Fall Matsch oder Schlamm Oder was weiß ich Keine Ahnung Wir werden mal sehen Wie weit wir kommen Äh Erstmal bis dahin So Ist doch noch ein bisschen dunkel Boah Hat nur noch 54 Liter Na ja Der schafft das hier locker Easy runter Das ist kein Problem Aber irgendwie Alt Jetzt ist tiefste Nacht Na Ah Endlich mal Tagesansicht Das sieht doch gut aus Das müsst ihr hier eigentlich locker easy alles packen Ja Der schaukelt Alter Ist brutal Es ist brutal Es ist brutal So Wo müssen wir lang Da lang Und das alles nur um Die ganzen Türme zu erkunden Erstmal Oh Langsam Brauner Nicht zu schnell Autsch Autsch Schaden Ähm Ja Okay Ich glaube Ich fahre dann mal lieber hier durch Mitten durchs Geäst Ich glaube Das ist mir sicherer Weil ich glaube Durch das Schlammloch Da komme ich nicht durch Ah ja ja Er kämpft schon ein bisschen Manchmal ist der direkte Weg dann doch nicht das Äh Der beste Komm Alter Da kämpfen wir uns ja echt durch Hätte ich nicht gedacht Dass das so gut geht Hätte ich nicht gedacht So Sind wir schon da Das ist ja recht flott Ähm Ja Da möchte ich gerne hin Da oben ist auch noch einer Äh Müssten wir eigentlich Direkt hier durchkommen können Und dann da hin Geile Karre Woppa Na Uuuu Aber es ist doch mal eine schöne Entspannte Fahrt Mitten durch dem Wald Ohne Probleme Ah, okay Da können wir sogar auftanken Ich glaube, das wird auch bitter nötig sein So, haben wir ganz kurz nochmal geschaut Sind jetzt hier Geradeaus durch Hier ist sogar Straße Aber da nicht Okay, ich glaube, ich muss durch den Wald fahren Das Gute ist, es gibt dann zumindest genug Bäume Für die Winde Also wir quetschen uns hier wirklich durch Wer schafft das? Ich kenne ja kein paar Domen Wir versuchen wirklich hier über die ganzen Brems Über die ganzen Jetzt ist er umgekippt Jetzt ist er umgekippt Alter Jetzt ist er umgekippt Shit Okay Ähm Ähm Äh, genau So Oh, Bubu macht er Genau, Olli Er macht Bubu Ähm, wo ist meine Winde? Kann ich jetzt keine Winde mehr hier machen oder was? Motor abgesoffen Motor abgesoffen Nachtanken Okay Vollgetankt Haben wir zumindest auch schon Wo ist jetzt, wieso macht er jetzt nicht mehr Winde? Ein Seil wieder wäre nicht schlecht Hast aber keine Wieso habe ich keine Seile mehr? Ich dachte, ich wäre unendlich die Winde Shit Das ist jetzt doof Ähm, okay Ähm Muss ich Wohlen oder Übel Das machen So, gucken mal, ob wir noch was ändern können Die Reifen ist ein Problem Hammer hat zwei Reifen So Reifentyp Offroad Das ist okay Aber die Federung ist ein Problem, oder? Standard Erhöht Du hast die große Winde Nicht die autonome Winde Okay Erhöht So, andere Federung Äh, Winde Ich habe die Hochleistungswinde drin Ähm Autonome Alles klar So So Neuer Versuch Das ist ja echt Die Karre Uh Uh So Mal gucken, wie wir jetzt da hinkommen Okay, einmal quer rüber Ja, das wäre Wahnsinn Das würde man nicht schaffen Ja, das wäre Wahnsinn, das würde man nicht schaffen Und jetzt hier Mal drehen Äh, warte mal, wie kommen wir denn hier lang Da lang Gebirgsbrücke Upgrade Upgrade Machen wir uns mal anders Fahren wir mal hier lang Bis dato Gehen dann hier rüber Vielleicht kommen wir ja direkt hier lang Darum Dass wir das Ganze erstmal umfahren Da ist eine Straßensperre Und dass wir vielleicht irgendwie hier rüber kommen Mal gucken Also Mal rücksetzen Die Karre schaukelt und schaukelt Das glaubst du gar nicht So Wow 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 Mit Ansage in den Matsch rein Na Jetzt wird es interessant Haben wir hier nochmal rauskommen Keine Winde Keinen sichtbaren Windenpunkt Das ist schlecht Stehen aber auch wirklich bis zum Anschlag drin Scheiße Ah Mit 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 Ansage Okay Vermerken wir mal unter Leergeld Unter Leergeld Nimm Schlammräder Ich hab Offroadräder drauf Ja ja Ist ja gut Ist ja gut So Oder wir fahren einfach mal über den Rasen Dann geht das schon mal besser Steinsbrocken Fies Hat er wieder abhebt Boah Alter Ist ja übel Der schaukelt sich ja Schaukelt sich ja allen zurecht Das gibt es gar nicht Na komm Na komm Na komm Okay Da hätten wir nochmal die Tankstelle Glaube ich Na komm Na komm Rüber Wer solche Furchen hier zieht Das ist der Wahnsinn Wo wollen wir denn lang Wo wollen wir denn lang Hinter uns Müssen wir Da lang Na komm Was Fire Schade Schade Aber es ist das Schild Nicht gelesen Okay Das müsste er eigentlich packen Hier Okay Das sollte er auch packen Das ist jetzt auf der anderen Seite Nicht schlecht die Karre Aber Federt mir zu sehr Sie schaukelt echt Mir ein bisschen zu viel Komm Das schaffen wir direkt rüber Oh Ähm Oder auch nicht Das sieht mir nämlich nach Dings aus Naja Wasser Schitte Gut das was nicht gemacht haben Gut das was nicht da gemacht haben Ei 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 Wow 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 Knapp 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 Sehr knapp So So Okay, hier ist ein Anhänger. Den könnten wir eigentlich mitnehmen, aber ich will ja zu den Türmen hin. Okay, einmal zurück. Wo sind wir hier? Jetzt müssen wir da hin, die Straßensperre umgehen. Oder wir heizen da durch, wenn wir kommen. Will mal sehen, ob wir das irgendwie hier vielleicht hinbekommen. Na komm. Und rum mit dem Popo. Okay, da holen wir. Okay, da durch. Das kriegen wir hin. Boah, wir fahren einfach mit den ganzen Bäumen oben. Ei, 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 ei. Er hat zu viel Power noch. Alter, Falter. Ach, komm schon. Na komm. Ja, okay. Links. Shit. Komm, du schaffst das. Komm. Ja, also geht doch. Geht doch. Geht doch. Ab und durchs Gemüse. So, sind wir da. Jetzt mal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Da führt ein Weg. Straßensperre. Die Frage ist, können wir uns umgehen oder nicht. Und wenn ja, kommen wir darüber, dass wir hier raufkommen. Wenn wir den dann holen können. Okay, scheint ein Auftrag zu sein oder sowas. Shit, da kommen wir nicht lang. Lass mich raten, wir müssen irgendwie Sprengstoffe oder sowas besorgen. Okay, so geht's nicht. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite ran. Dass wir das hier wirklich umfahren. So, dass wir das von der Rückseite machen. Dass wir dann hier so raufgehen und dann... ...da dann lang gehen. Ist zwar ein bisschen umständlich mit dem... ...Fahren jetzt, sag ich mal. Aber egal. Könnte funktionieren. Okay, Feuerwerk aus. Okay. Ah, zack. Ich bin gespannt, ob das geht. So, rum. Ah. Wäre cool, dann würden wir das ein bisschen austricksen. Ah, rüber. Zack, zack. Sieht gut aus. Ich glaube, die Idee klappt. Wir dürfen bloß nicht festhängen. So, sind wir da? Jetzt müssten wir eigentlich nur hier hochfahren. Eigentlich nur noch. Alter, was für eine Steigung. Aber der packt das. Unglaublich. Der packt das wirklich? Grems. Oh Gott. Da jetzt runter zu kommen. Einfach rollen lassen. Yes. Wunderschön. Sehr geil. Upgrade-Standort entdeckt. Neue Mission entdeckt. Pulsbrücke. Alles klärchen. So, damit haben wir den auch freigeschaltet. Das ist gut. Da hinten wäre noch einer. Die Karte ist echt riesig. Da unten sind noch welche. Mein Gott. Okay, Upgrade. Ne, vielleicht... Ja, genau. Wir werden jetzt mal probieren, da noch hinzukommen. So, sparen wir ein bisschen Schritt. Einfach ein bisschen rollen lassen. Na, zack. Up. Ei, 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 ei. Na, komm. Den versuchen wir noch zu holen heute, den, ähm, Turm. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ups. Upsi. Okay, da geht's da. Da lang. Nehmen wir den. Und den. Guck mal, wo uns das jetzt hinführt. Der sieht schon geil aus hier, ganz ehrlich. Schwupp, schwupp. So, rum mit dem Popo. Da muss ich schon sagen, der Hammer ist schon ein echtes Monster, ne? Ganz ehrlich. Der ist echt übel. Ah! Lass mal... Sieh mal einer an. Dann geht's hier lang. Gewirksstraße. Mal gucken. Ein echtes Monster. Na, komm. Ein übles Teil. Langsam. Nicht übertreiben. Dann sind wir schon wieder da. Ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt brauchen wir hier nur noch hier rein. Hier das Stückchen hoch. Und dann da lang. Dann sind wir beim nächsten Turm. Geil. Das klappt ja richtig gut. So, zack. Der Hammer ist schon... Also, Olli, der Hammer ist geil. Außer, dass er so elendlich schaukelt. Halt. Oh, das ist zu schnell. Na, komm. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Jawohl. Nein, nein. Ah! Ähm, ja. Das Original. Nicht nur deine Mod, der schaukelt. Okay, hast du gerade gesehen, wie cool ich mich gerade gedreht habe. So. Nächsten Wachtturm. Sehr, sehr geil. Aber, liebe Freunde, das war, ähm, der heutige Stream. Wir müssen was essen jetzt mal langsam. Noch nicht dazu gekommen. Und, ähm, ja, danke fürs Zusehen. Auch vor allen Dingen bei, ähm, Alien Isolation vorhin. Und jetzt natürlich mit Snowrunner. Jetzt werden wir in den nächsten Tagen wieder, äh, äh, streamen. Und dann, ja, weiß nicht. Vielleicht hat der Olli ja auch Bock, wieder mitzumachen. Dann werden wir das Ganze streamen. Und, äh, ja. Vielleicht sogar schon am Mittwoch. Mal gucken. Also, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen, wenn ihr mögt. Bei YouTube natürlich. Und, äh, ja. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed. Willkommen in der neuen Welt. Jetzt alles verändert. Keine limitations. Ja, ich leveled up meine Gäste. Mehr力, mehr力. Every second, every minute, every hour. Mehr力, mehr力. So get ready for it right now. Unstoppable. Nothing's impossible. We on top of the world. Top of the world. We going harder. We getting stronger. Better than ever. I feel the power. Let's go. It's a brand new day. Let's go. And we came to play. Let's go. When you hear that sound. Let's go. It's going down. Let's go. We standing tall. Let's go. And I want it all. More power. Unstoppable. Nothing's impossible. We on top of the world. Top of the world. We going harder. We getting stronger. Better than ever. I feel the power. More power. More power. It's no stopping us. We going harder. We getting stronger. Better than ever. Better than ever. I feel the power. Let's go. 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 Vielen Dank.